Hallo, herzlich willkommen zum gemeinsamen Podcast der Ehle und Radio M. Schalippe. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist Premiere. Wir starten mit der ersten von insgesamt sechs Folgen und wir sprechen heute über das Thema Ausbildung. Also, was kommt eigentlich nach der Schule? Woher weiß ich, was ich machen will? Wo finde ich eine Ausbildung und wie komme ich dann da dran? Ich bin Vanessa Winkel und bei mir ist das Ganze zugegebenermaßen jetzt schon ein bisschen was her. Ja, deswegen habe ich mir Jasmin und Sophie eingeladen. Beide haben ihre Ausbildung bei der Ehle gemacht und sind seit einem beziehungsweise zwei Jahren fertig damit. Hallo, die Damen. Hallo. Na, wie geht's? Gut, super. Ja, ihr seht auch richtig fit aus. Ich muss dazu sagen, wir zeichnen das abends auf, diesen Podcast. Also, wir haben alle schon einen langen Tag hinter uns, aber wie aus dem Ei gepeilt seid ihr beide. Danke. Und auch gut drauf. Sehr gut. Stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her und was macht ihr gerade beruflich? Jasmin, vielleicht fängst du einfach mal an. Ja, ich bin Jasmin. Ich komme aus Gelsenkirchen. Ich habe 2016 duales Studium bei der Ehle angefangen und im Moment arbeite ich in der Personalabteilung im Bereich Ausbildung und Personalentwicklung und bin unter anderem zuständig für das Bewerbungsverfahren unserer Azubis. Duales Studium heißt, dass du arbeiten gegangen bist und aber auch zur Uni? Genau. Ich hatte dann quasi einen Vollzeitjob. Ich bin einmal die Woche zur Berufsschule gegangen und dann zweimal die Woche abends und jeden zwei am Samstag dann zur Uni. Da hast du auch richtig reingehauen, wa? Ja. Alles klar. Sophie, was machst du denn so? Erzähl mal. Ja, ich bin Sophie, ich bin 24 und komme aus Mahl und ich bin mittlerweile jetzt fünf Jahre bei der Ehle Verteilnetz und habe dort auch ein duales Studium gemacht, allerdings im technischen Bereich und arbeite jetzt im Bereich von Planung und Bau von Schaltanlagen. Hm, das hört sich interessant an. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Das ist so, ja, alles ist noch ein bisschen kryptisch für mich. Ich weiß nur, das ist auch irgendwas mit Strom, ne? Richtig, genau. Ja, aber du erklärst das gleich nochmal für uns. Alles klar. Wie ist das bei euch gewesen nach der Schule? Also als die dann so langsam dem Ende zuging, was kommt danach? Wusstet ihr sofort, was ihr machen wollt oder standet ihr da erstmal und habt gedacht, ach du je, was mache ich denn? Jetzt ist ja gar nicht mehr Schule bald. Also ich wusste schon immer, dass ich irgendwas Kaufmännisches machen möchte. Ich wollte auch mal Bankkauffrau werden. Ich habe auch zwei Praktika bei der Bank gemacht. Das hat mir dann allerdings doch nicht so gut gefallen. Und dann bin ich relativ schnell auf den Job Industriekauffrau gekommen. War aber auch völlig hin und her gerissen. Was machst du jetzt nach der Schule? Ausbildung oder vielleicht doch Studium oder beides? Also da steht einem ja super viel offen und da war ich mir auch total unsicher erstmal. Wo hast du denn geguckt? Also wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich habe mir ausgesucht, ich möchte gerne Industriekauffrau werden. Wie hast du dann rausgefunden, wo man das werden kann? Was hast du gemacht? Ich habe sehr viel im Internet geguckt. Ich habe mit Freunden gesprochen, mit meiner Familie, aber das meiste habe ich im Internet erfahren. Ah, okay. Wie war das bei dir, Sophie? Also ich habe erst einen kleinen Umweg gedreht, bevor ich meinen Weg zur Elektrotechnik gefunden habe und habe nach dem Abi Chemieingenieurwesen studiert. Wow. Chemieingenieurwesen. Das hört sich an wie der Endgegner. Ach, es ging. Also ich hatte Mathe- und Chemie-Account. Ich fand es eigentlich immer sehr interessant. Oh, krass. Ja, und durch meine Teilnahme bei Jugend forscht, durch ein MINT-Projekt, konnte ich auch so ein paar Einblicke, das habe ich jetzt mal ins Ingenieurwesen schon bekommen, was ich super interessant fand. Allerdings war das Chemie-Studium dann sehr, ja, theoretisch und mir hat so ein bisschen die Praxis gefehlt, die ich auch durch einige Praktika kennenlernen konnte. Und dann habe ich mich, ja, umgeguckt und konnte dann über die Agentur für Arbeit ein duales Studium halt finden und, ja, bin so dann zur Elefateinitz gekommen. Ihr habt euch also beide dafür entschieden, ja, für so einen Kompromiss, würde ich sagen, oder? Zwischen Ausbildung und Studium ist es doch. Also es ist nicht nur eine reine Ausbildung, sondern das Studium gehört ja auch dazu. Warum habt ihr nicht gesagt, ich muss erstmal sofort nur an die Uni? Das ist ja im Moment irgendwie gefühlt Trend. Jeder muss sofort studieren und der muss auch dieses ganze Studentenleben haben und so. Warum habt ihr gesagt, nee, ich mache erstmal eine Ausbildung? Also bei mir war es so, dass ich gerne die Praxis wollte. Ich wollte nicht nur die Theorie an der Uni, sondern auch irgendwie die Praxis, damit ich auch die Inhalte, die ich da lerne, auch irgendwie verbinden kann und damit ich damit was anfangen kann. Und das Geld hat natürlich eine Rolle gespielt. Also man bekommt natürlich auch von Anfang an Geld dafür. Ja, auf jeden Fall. Da kann man sich schon mal so ein Grundstock aufbauen und auch mal dann zu Hause raus und so, ne? Genau. War das bei dir auch so oder anders? Also dadurch, dass ich es ja wirklich live mitgekriegt habe und den Vergleich im Endeffekt auch hatte, dass das Studium wirklich sehr theoretisch war und mir die Praxis auch wirklich gefehlt hat, war das absolut die richtige Entscheidung. Also man konnte die Ausbildung mit dem Studium verknüpfen und hat auch wirklich andere Einblicke bekommen, die einem Studium auch sehr geholfen haben. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch nach der Schule erst eine Ausbildung gemacht, eben halt auch, um erstmal Kohle ranzuschaffen und weil ich gedacht habe, ach, nachher studierst du irgendwas? Und dann merkst du, ne, ist es doch nicht so. Dann hast du eine abgeschlossene Berufsausbildung, da kannst du dann wieder hin zurückkehren, hast irgendwie was in der Hand. Und man wird auch irgendwie gefühlt schneller selbstständig, finde ich, oder? Man kann dann irgendwie zu Hause ausziehen und man hat sein eigenes Geld und kann sich vielleicht ein Auto kaufen und irgendwie sein Leben so ein bisschen unabhängiger gestalten, auf jeden Fall. Ja, also man wird ja auch, klar, natürlich durch die Ausbildung eigenständiger, man wird auch irgendwo gefördert und man darf eigenständig Verantwortung übernehmen, klar, für kleinere Aufgaben natürlich, man muss auch irgendwo noch lernen, aber man wird integriert und man gehört irgendwo dazu und hat seinen eigenen Teilbereich, den man dann eigenständig erledigen darf. Das ist auch ein cooles Gefühl, oder? Wenn man dann so nach Hause fährt, nach dem Arbeitstag und man weiß, was man gemacht hat, dass man irgendwie zu irgendwas beigetragen hat oder irgendwas mit seinen eigenen Händen gemacht hat, so wie du dann zum Beispiel. Wahrscheinlich, jetzt musst du mir das erklären, du machst was mit Strom, oder? Richtig, das ist richtig. Der Strom kommt nicht nur aus der Steckdose, sondern er kommt aus Umspannanlagen. Aus Umspannanlagen und du bist die Umspannanlagenfrau? Nein, also das bin nicht nur ich, wir sind ein ganzes Team und natürlich auch der ganze Verteilnetzbetreiber und ja, wir befördern Strom um verschiedenen Spannungsebenen bis hin zum Haushalt nach Hause. Mhm. Und du machst dann auch was praktisch mit deinen Händen oder bist du diejenige, die sagt, so und so sollte das irgendwie in der Theorie laufen oder machst du beides? Zur Zeit plane ich zum Beispiel einen Vorgang, beispielsweise wenn wir eine Erweiterung einer Mittelspannungsschaltanlage oder sowas planen. Ach ja, wer kennt es nicht? Die Erweiterung der Mittelspannanlagen-Dings. Ja, also wenn ihr irgendwas umbauen wollt. Genau, wenn wir irgendwas umbauen wollen. Also es ist natürlich ein planerischer Anteil dabei, aber wenn dann die Firmen da sind, die das auch unter Umständen für uns ausführen und da mal Not an einem Mann ist, dann helfen wir natürlich auch selbstständig mit unseren eigenen Händen mit. Kannst du auch richtig anpacken. Genau. Jetzt stelle ich mir das irgendwie als Frau in dieser Branche, vielleicht bin ich da auch einfach noch ein bisschen zu Vorurteil behaftet oder so, aber einfach ist es wahrscheinlich jetzt nicht. Oder gibt es viele Frauen bei euch, die das auch machen? Nein, also viele sind wir nicht. Man muss sich da ein Stück weit durchsetzen können und sich den Respekt von den Männern vielleicht auch etwas mehr erarbeiten. Aber grundsätzlich sind die alle super nett und aufgeschlossen und nehmen einen natürlich auch an, wie man ist und sagen dann nicht, ach ja, nee, komm, lass das mal lieber, du bist ja eine Frau. Nein, sondern man wird echt genauso mit einbezogen wie alle anderen auch. Okay, also muss ich jetzt keinen Schiss haben, weil ich ein Mädchen bin und eine Umspannungsanlage weiterschalten will? Nein, absolut nicht. Okay, wie war das bei euch, als dann wirklich die Schule vorbei war? Ihr hattet euch was ausgeguckt, was ihr machen wollt, habt euch informiert im Internet, auf Messen, habt mit Bekannten und Freunden gesprochen, habt was gefunden, was ihr machen wollt und wurdet dann genommen nach einem Vorstellungsgespräch. Wie war der erste Tag dann auf der Arbeit? Das ist ja was ganz anderes als Schule, oder? Ja, das war wirklich was ganz anderes und bevor der erste Tag bei uns gestartet hat, hatten wir noch ein paar Monate vor Beginn so einen Kennenlernabend. Da wurden wir noch alle eingeladen und unsere Eltern wurden auch eingeladen. Oh nein, Mutti mit dabei. Genau, damit die auch mal sehen, wie die anderen denn so sind und ob wir hier gut untergebracht sind. Ob ihr auch was zu essen kriegt. Ob wir was zu essen kriegen. Ob die Heizung an ist. Ja, da hat man auf jeden Fall schon mal das erste Mal die anderen Azubi-Kollegen kennengelernt und man hat da schon mal die Scheu abgelegt und nicht mehr so Angst gehabt vor dem ersten Tag. Man ist da schon nervös, man weiß nicht, was auf einem zukommt. Und ja, dadurch habe ich mich mit einer Azubi-Kollegin noch vor Beginn des ersten Ausbildungstages auch nochmal privat getroffen, was dann einem noch mehr Sicherheit gegeben hat. Dann kannten wir uns schon für den ersten Tag und der erste Tag, der war dann trotzdem nochmal total angespannt. Man weiß halt immer noch nicht genau, was auf einen zukommt. Aber da läuft erstmal super viel Organisatorisches ab. Man lernt erstmal alles kennen, jeden kennen. Man bekommt einen Laptop, einen eigenen für die ganze Ausbildung. Und ja, dann schnuppert man noch für die letzten zwei, drei Stunden des Tages in die Einsatzteilung. Okay, wie war das bei dir? Kannst du dich noch an deinen ersten Tag helfen? Ja, es war ein bisschen anders als bei der Jasmin. Ich hatte diesen Kennenlern-Nachmittag nicht, dadurch, dass ich erst etwas später dazu gestoßen bin und kannte also niemanden. Also mein Ausbildungslehrer waren fünf andere Jungs und ich kam als einzige Frau dazu. Hallo, ich bin jetzt auch da. Ja, genau, war quasi ein wenig alleine. Aber ja, also ich glaube, wenn man da offen ist, also so ist es zumindest bei mir gewesen, dann ist das auch ganz okay. Natürlich war man aufgeregt und war gespannt, was passiert. Aber die, also mein Ausbilder hat einen da natürlich auch unterstützt und hat erstmal alle abgeholt und gesagt, hey komm, wir fahren jetzt rüber auch zu den Kaufleuten dann, die in der HV sind. Es gibt einen Begrüßungstag quasi, wo sich alle auch vorstellen können und da läuft das Ganze dann schon etwas entspannter. Okay, und dann waren auch alle Leute ganz nett und ihr wart auch ganz cool mit denen oder habt ihr so gedacht, boah, das ist ja hier ein Laden. Nee, ich gehe wieder. Also ich persönlich habe mich super aufgenommen gefühlt. Genau, ja. Ich habe mich auch direkt wohl gefühlt, die waren alle, wir waren alle cool miteinander. Ja. Sehr gut. In der Ausbildung ist das ja so, man hat ja auch Berufsschule, also so ganz Schule ist noch nicht weg. Bei mir war das so, ich hatte zweimal in der Woche Berufsschule und an drei Tagen habe ich dann dementsprechend gearbeitet. Es gibt aber auch, glaube ich, so Blockunterricht, also zum Beispiel drei Monate am Stück arbeiten und dann drei Monate am Stück Schule. Wie war das bei euch? Also dadurch, dass ich jetzt das duale Studium gemacht habe, war meine Ausbildung von Anfang an auf zwei Jahre verkürzt. Normalerweise geht die kaufmännische Ausbildung drei Jahre und dadurch, dass meine Ausbildung schon verkürzt war, war ich nur einmal die Woche in der Berufsschule. Geil, einmal schwänzen. Ich war dafür den restlichen vier Tage auf der Arbeit und ja, nee, das war, ich hatte auf jeden Fall in der Berufsschule diesen einen Tag in der Woche auch dafür nur die drei Hauptfächer, die am Ende geprüft wurden und keine Nebenfächer mehr. Was waren das für Fächer? Es waren Steuerung und Kontrolle, also Rechnungswesen. Hm. Ja, sehr interessant. Das macht so Spaß. Ja, nee, dann hatten wir Wirtschafts- und Sozialprozesse, das hat mir persönlich am besten gefallen und Geschäftsprozesse. Ah, okay. Und du hattest auch dann verkürzt und auch nur einmal in der Woche Schule oder musstest du ganz ran? Genau, bei uns war es auch verkürzt und wir waren auch einmal die Woche in der Schule, allerdings auch nachmittags, also nach der Arbeit. Ach, dann warst du erst arbeiten und dann noch in der Schule? Genau. Und wie ging das so? War das anstrengend oder war es okay? Dadurch, dass wir als Dualis quasi eine extra Klasse hatten, ging das eigentlich, weil man alle dann auch schon kannte und man natürlich ein etwas anderes Pensum gefahren ist. Aber war soweit okay. War okay. Konnte mal mit leben. Genau, hat trotzdem Spaß gemacht. Ich glaube, da hatten wir ein bisschen mehr Glück. Wir hatten zwar auch Nachmittagsberufsschule, erst um 13 Uhr, aber davor hatten wir frei. Boah, ausschlafen. Wenn ich das gewusst. In der Woche ausschlafen. Ja, jeden Dienstag konnte ich ausschlafen in der Ausbildung. Boah, Luxus. Wie heißt der Ausbildungsgang? Den würde ich dann auch noch mal her schieben. Schlafen ist voll mein Ding. Ja, cool. Wie war ab dem die Berufsschule ansonsten so erlebt? Ist das zu vergleichen mit der Schule, die man so kennt? Ich fand das irgendwie entspannter. Ich weiß nicht warum, aber ich fand das irgendwie dadurch, dass es irgendwie dann auch mal um andere Sachen ging, also andere Fächer, dass man neue Sachen gemacht hat und nicht irgendwie so Bio, Mathe, Englisch, Deutsch. Cooler. Habt ihr das auch so empfunden oder habt ihr gedacht, ja, ich muss das jetzt halt machen, weil es zur Ausbildung dazu gehört? Also man hatte ja grundsätzlich erstmal schon mal Fächer, die einen super interessiert haben, was natürlich die Motivation gesteigert hat. Und ja, es gab immer irgendwo was Neues zu entdecken und was Neues zu erfahren quasi. Wir durften auch sehr viel Praxis, mehr praktisch machen mit verschiedenen Prüfaufbauten, sag ich jetzt mal, die von der Schule zur Verfügung gestellt worden sind. Und das hat dann schon echt Spaß gemacht. Ah, okay. Ja, kann ich eigentlich auch nur so sagen. Bei mir war es ähnlich. Also das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zur normalen Schule. Man hat halt nicht diese typischen Fächer wie Deutsch, Mathe, Englisch oder so Sport. Da hatten wir gar nicht mehr. Nee, so hattet ihr Sport auch nicht, oder? Nee, aber wenn die Ausbildung nicht verkürzt wird, also quasi der normale Ausbildungswerdegang quasi vollzogen wird, dann gibt es solche Fächer noch wie Deutsch und Sport. Genau, da gibt es dann auch Datenverarbeitung, Englisch ist da auch noch dabei. Ich hatte auch keinen Sport mehr. Ich war richtig traurig darüber, weil ich mag Sport sehr gerne. Das ist echt mein allerliebstes Lieblingsfach gewesen, weil halt auch das Einfachste, klar. Ja, aber da war ich richtig bitter enttäuscht, dass es keinen Sport mehr gab. Das fand ich irgendwie doof. Aber dafür hatte ich ja dann auch so, also ich habe eine Ausbildung, bevor ich beim Radio gelandet bin, war ich in der Bibliothek. Und ich habe eine Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek gemacht. Das hört sich richtig krass an. Da kann ich ja mal richtig mit auffahren. Aber im Prinzip kann man es darauf beschränken, dass ich einen Dutt hatte und eine Brille auf und da habe ich mal psscht gemacht in der Bibliothek. So war das ungefähr. Also genau das Klischee. Hört sich immer cool an. Und das haben wir in der Schule dann natürlich auch gelernt, wie man das so richtig macht. Wenn ihr jetzt zurückblickt, ihr seid jetzt schon ein bisschen länger aus der Ausbildung raus und bald auch mit dem Studium fertig. War das rückblickend eine richtige Entscheidung? Würdet ihr sagen, würde ich genauso wieder machen? Also ich auf jeden Fall. Ich bereue gar nichts und da hatte ich natürlich auch ein bisschen Angst vor, ob das die erste Entscheidung auch erst die richtige ist. Aber jetzt, wenn ich so zurückblicke, die Zeit ist super schnell vergangen und ich bereue nichts. Ich habe mich super aufgenommen gefühlt. Die Ausbildungsinhalte waren toll. Es besteht eine super Atmosphäre bei uns und die Mitarbeiter sind alle nett. Also ich freue da gar nichts und ich würde es immer wieder so tun. Ja, das kann ich auch unterstützen. Also man fühlt sich wirklich wohl. Man kann sehr viel lernen. Man kann auch was für seine Weiterbildung tun. Und ja, es macht einfach super viel Spaß. Und man hat auch eine gute Perspektive dann zu bleiben bei der Ehe. Es ist ja nicht so, dass ihr jetzt bei Ausbildungsende gucken müsst, wo ihr bleibt, sondern ihr könnt in dem Unternehmen bleiben, was ja auch echt wichtig ist heutzutage. Richtig. Ja, genau. Also wenn man sich jetzt gerade auch die Zukunftsthemen so ein bisschen anguckt, der Klimawandel, Elektromobilität, sich das verändernde Netz sich anguckt. Und da macht es natürlich Spaß, auch irgendwo einen Teil dazu beitragen zu können, das Ganze umzugestalten. Und mitzugestalten in der Zukunft. Sehr gut. Ja, ihr Lieben, noch irgendwas zum Thema Ausbildung, wo ihr sagt, das will ich jetzt unbedingt noch loswerden? Das muss ich noch erzählen. Das war mir total persönlich super wichtig. Oder findet ihr, dass wir in unserem Quätschchen hier, das wir gehalten haben, alles abgearbeitet haben, was wir so als wichtig erachten? Oder denkt ihr, es gibt noch irgendwelche Fragen, die offen geblieben sein könnten? Nein, also ich glaube, ja, habt Mut, macht das, worauf ihr Lust habt und ja, bewerbt euch rechtzeitig. Genau, würde ich auch sagen. Stichpunkt, ab wann muss ich denn mal, ab wann muss ich denn mal so jetzt mal langsam gucken? Was ist so, ich glaube, in der neunten Klasse oder so muss man das, also wenn man jetzt nach der zehn abgeht, ne? Dann muss man so, Jasmin, du weißt da, glaube ich, mehr drüber als ich. Ich bin jetzt ruhig. Ausbildungsstart ist bei uns immer im August und ein Jahr vorher sollte man sich bewerben. Ah, okay. Also bewirbt man sich auch mit dem neuner Zeugnis? Genau, mit dem neuner Zeugnis bewirbt man sich dann, wenn man nach der zehn, ja, eine Ausbildung machen möchte. Okay, also in der neunten Klasse nochmal Mühe geben, Leute. Das ist die Message, die ihr euch reinhaut. Ja, genau. Aber selbst wenn, ich habe mich auch immer so ein bisschen schwer damit getan, mich zu entscheiden für eine Ausbildung oder einen Bildungsweg, weil meine Vorstellung von Arbeit nach der Schule war immer, ich lerne etwas und dann mache ich das, bis ich hundert bin ungefähr. Also das ist ja überhaupt nicht mehr so. Das ist ja Quatsch, ne? Nee, das ist gar nicht mehr so. Auch selbst wenn man dann irgendwie feststellt, nee, das ist es nicht. So wie bei dir zum Beispiel. Du hast ja, Sophie, dann auch gesagt, nee, dieses Chemiestudium, so in der Form, will ich das nicht machen. Und bist jetzt woanders gelandet und das war dann doch eine richtige Entscheidung für dich. Genau. Und man, wie gesagt, also man tritt nicht auf die Stelle, sondern man kann sich immer irgendwie weiterbilden, um da dann auch vielleicht nochmal in einen anderen Bereich reinschnuppern zu können, um dann wirklich irgendwann festzustellen, okay, das ist das, was ich machen möchte. Und also zumindest mein Alltag wird nicht langweilig. Also ich habe jeden Tag auch eine andere Problemstellung und kann mich dadurch auch anders entfalten oder mir andere Lösungswege überlegen. Ja, also wir haben auch Auszubildende, die eigentlich erstmal eine reine Ausbildung gemacht haben und im zweiten Ausbildungsjahr oder sogar nach der Ausbildung gesagt haben, jetzt möchte ich doch nochmal studieren und jetzt möchte ich doch nochmal einen Betriebswirt machen, Meister, Techniker. Also das ist halt auch alles bei uns möglich. Gut. Man kann sich also auch noch weiterentwickeln. Sehr schön. Danke, dass ihr da wart. Danke an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ich verabschiede mich von Jasmin und Sophie. Vielen Dank euch. Ciao. Danke dir. Und in der nächsten Woche ist Martin Rennen bei mir. Der ist Personalchef bei der ELE und der erzählt uns dann mal, welche Berufe es da eigentlich alle so gibt, außer den beiden, die wir euch so ein bisschen heute vorgestellt haben durch Jasmin und Sophie und was euch eine Ausbildung bei der ELE bringen kann. Ich bin Vanessa Winkel und ich sage bis zum nächsten Mal. Ich bin Vanessa Winkel und ich sage bis zum nächsten Mal.